Sportsfreunde, es ist soweit, es ist soweit, die FIBO steht vor der Tür, nur noch wenige Stunden, dann geht's los, Donnerstag bis Sonntag in Köln. Ein einmaliges Erlebnis pro Jahr und deswegen haben wir auch eine einmalige Gelegenheit und unseren ersten rausgehauen. Wovon spreche ich sei? Und zwar ist es shop.myroto-glory.net, unser Online-Coaching, was wir euch anbieten, individuell, persönlich, auf euch zugestrickt. Genau, ihr seht's, easy sucks, aber in dem Falle kann ich euch wahrlich nur ans Herz legen, es sagt gar nicht, sich einen Wissensstand von gepaart, über 20 Jahren Trainingserfahrung anzueignen, in Form beispielsweise eines Trainingsplans, explizit eines Ernährungsplans, denn da steckt der halbe Erfolg und da gibt's die meisten Wissenslücken und wir sind uns sicher und garantieren euch, auf die Erfolgsschiene zu kommen, nämlich auf die Road to Glory. Wir haben eine 110%ige Weiterempfehlungsrate bis hierhin. Ihr liest durchweg positive Resonanzen über shop.myroto-glory.de, denn wir haben nur zufriedene Follower, denn nur ein zufriedener Follower ist auch ein guter Follower. Alles andere kommt für uns nicht in die Tüte und demnach bekommt ihr so einen Support bei uns, der wirklich nur von uns beiden generiert wird, wo ihr die einmalige Chance habt, einen auf euch abgestimmten Plan zu erhalten. Und deswegen gewähren wir euch zur FIBO 2015 saftige 15% Rabatt ab Donnerstag 0 Uhr und 1, wenn man so sehen möchte, bis Sonntag 23.59 Uhr habt ihr die Möglichkeit für 15% jedes, aber auch verdammt nochmal jede Dienstleistung, die wir in unserem Shop anbieten, euch zu ergattern. Und wenn das kein Ding ist bei euch, dann weiß ich auch nicht, keine Kosten für die Mühe gesteuert, checkt es einfach mal ab, erzählt euren Freunden das und dann denke ich mal, ist für jeden da was dabei. Und vor allem ist es halt eventuell. Ihr seht, wir haben verschiedene Dienstleistungen in verschiedenen Geräten, in verschiedenen Längen, alles mögliche bei euch. Checkt das ab, wer es verpasst hat. Wir wissen nicht, wann wir es wieder in eurem Neugriff machen werden. So ist es. Das für euch, das für uns. Jetzt geht es zum Video, auf das ihr geklickt habt. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, wir sehen uns auf der FIBO. Andernfalls bekommt ihr auch da jede Menge Video-Einblicke. Ich hoffe, wir sehen uns auf der FIBO. Das geht es nicht. Es tut wir uns auf die Musik, die wir unbeampft nicht in asta machen können. Wir dashboarden den B dapat teilnehmen jetzt schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 And there are consequences Surrender within 24 hours Or watch this world suffer the consequences Not everyone has a happy ending Not everyone has a happy ending Not everyone has a happy ending Keeps pushing down upon me And I keep hoping for a sweet dream There's something left for me to see There's something left for me to be With you walk around this world forever You know we should save it Into your heart Go away Take my day Take me Take me I'm 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 St